Ja, um mich selber so ein bisschen in Schwung zu bringen und hoffentlich euch auch, wollte ich zu Anfang gleich ein paar kürzere Lehrreden vortragen vom Buddha. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass die meisten Lehrreden, die der Buddha hier gegeben hat, nicht länger als fünf Minuten oder zehn Minuten gedauert haben. Und von diesen recht kurzen, aber doch sehr knackigen Lehrreden wollte ich ein paar vortragen, um vielleicht den Ton zu geben für heute Abend und dann wollte ich ein bisschen was erzählen und vielleicht am Anschluss einfach die Frage stellen, warum dieses Dhamma, diese Wahrheit, die der Buddha gelehrt hat, so schwer zu sehen ist, warum die Einsicht so selten erfolgt. Wo ist diese Schwierigkeit? Wo ist das Problem? Was hält uns davon ab? Tiefe Wahrheit zu sehen. Wenn ihr euch vielleicht diese Frage immer wieder stellt, während ich anfangs diese Lehrreden vortrage, in dem Versuch, letztendlich nichts anderes zu tun, als das, was der Buddha 45 Jahre lang getan hat, nämlich immer wieder dieses Dhamma von verschiedenen Seiten her beleuchtet und dargelegt, um den Leuten zu versuchen, diese tiefe Wahrheit zu vermitteln. Die Lehrreden, die ich mir ausgesucht habe für heute Abend, sind aus zwei Sammlungen. Einmal aus der gruppierten Sammlung, verschiedenen Teilen aus der gruppierten Sammlung und letztlich aus dem Suttani Pata, einer sehr schönen Sammlung, wo sehr viel Dhamma in Versform vorkommt. Die erste Lehrrede, einigen von euch sicherlich bekannt, zumindest vom Namen nach, heißt sich selbst eine Insel sein, sich selber ein Licht sein. Dieses Wort Atadipa ist verschiedentlich übersetzt worden, einmal kann verschiedentlich übersetzt worden, als Leuchte, als Licht, sowohl als auch als Insel. Und diese Idee, sich selbst eine Insel zu sein, sicherlich ein Thema, was einigen von euch bekannt sein wird. Seid euch selbst eine Insel, seid euch selber Zuflucht, ihr Mönche, habt keine andere Zuflucht. Die Lehre sei euch eine Insel, die Lehre sei euch Zuflucht, habt keine andere Zuflucht. Von denen, die sich selbst eine Insel, selbst Zuflucht sind und keine andere Zuflucht haben, welche die Lehre als Insel, die Lehre als Zuflucht und keine andere Zuflucht haben, von solchen soll da nach dem Ursprung geforscht werden, nämlich, wie sind entstanden Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wie sind sie zustande gekommen? Wie nun, ihr Mönche, sind Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung entstanden? Wie sind sie zusammengekommen? Es ist da, ihr Mönche, ein unerfahrener Weltmensch, der die Edlen nicht kennt, der die Lehre der Edlen nicht kennt, in der Lehre der Edlen ungeschult, der die Guten nicht kennt, der die Lehre der Guten nicht kennt, der in der Lehre der Guten ungeschult. Der betrachtet die Körperlichkeit als das Selbst oder das Selbst als die Körperlichkeit oder das Selbst als Körperlichkeit besitzend oder die Körperlichkeit als im Selbst oder das Selbst als in der Körperlichkeit. Ihm wandelt sich nun, verändert sich diese Körperlichkeit. Durch den Wandel und die Veränderung eben dieser Körperlichkeit entstehen ihm Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Der betrachtet das Gefühl, die Wahrnehmung, die Gestaltungen und das Bewusstsein als das Selbst oder die Gefühle, die Wahrnehmung, die Gestaltungen und das Bewusstsein – das ist immer so mit Pünktchen, Pünktchen, da muss ich ein bisschen einfüllen – Der betrachtet das Gefühl, die Wahrnehmung, die Gestaltungen und das Bewusstsein als das Selbst oder das Selbst als Gefühl, Wahrnehmungen, Gestaltungen oder Bewusstsein besitzend – oder das Gefühl, die Wahrnehmungen, die Gestaltungen, das Bewusstsein als im Selbst oder das Selbst als in den Gefühlen, in der Wahrnehmung, in den Gestaltungen oder im Bewusstsein. Ihm wandelt sich nun, verändert sich dieses Gefühl, diese Wahrnehmung, diese Gestaltungen, dieses Bewusstsein. Durch den Wandel und die Veränderung dieses Gefühls, dieser Wahrnehmung, dieser Gestaltungen oder des Bewusstseins entstehen im Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Hat man aber, ihr Mönche, eben dieser Körperlichkeit, Vergänglichkeit und Veränderlichkeit, die Entsüchtigung von ihr und ihre Aufhebung gesehen, so weiß man, die frühere Körperlichkeit wie die jetzige, alle Körperlichkeit ist vergänglich, leidvoll, der Veränderung unterworfen. Wer diese oder Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit erkennt, dem schwindet Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Sind diese geschwunden, dann süchtet er nicht mehr. Ohne Süchten lebt man glücklich. Und vom glücklich lebenden Mönch heißt es, er ist durch solches Mittel erlöst. Hat man eben, ihr Mönche, dieses Gefühl, dieser Wahrnehmung, dieser Gestaltungen, dieses Bewusstseinsvergänglichkeit und Veränderlichkeit, die Entsüchtung davon und deren Aufhebung gesehen, so weiß man, das frühere Gefühl, die frühere Wahrnehmung, die früheren Gestaltungen, das frühere Bewusstsein, wie das jetzige, alles ist vergänglich, leidvoll, der Veränderung unterworfen. Wer dies so der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit erkennt, dem schwindet Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Sind diese geschwunden, dann süchtet er nicht mehr. Ohne Süchten lebt man glücklich. Und vom glücklich lebenden Mönch heißt es, er ist durch solches Mittel erlöst. Die zweite Sutta heißt nicht eures. Was euch nicht gehört, ihr Mönche, das gebet auf. Dieses aufgegeben wird euch lange zum Heil und zum Glück gereichen. Was nun, ihr Mönche, gehört euch nicht an. Die Körperlichkeit, ihr Mönche, gehört euch nicht an. Gebt sie auf. Dies aufgegeben wird euch lange zum Heil und zum Glück gereichen. Das Gefühl, die Wahrnehmung, die Gestaltung, das Bewusstsein, ihr Mönche, gehören euch nicht an. Gebt sie auf. Dies aufgegeben wird euch lange zum Heil und zum Glück gereichen. Wenn da, ihr Mönche, ein Mann, was es da in diesem Jeterhain an Gräsern und Reisig, Zweigen und Laub gibt, vorträgt und verbrennt, oder sonst nach Belieben damit verfährt, würdet ihr dann denken, uns trägt der Mann fort, uns verbrennt er, oder mit uns verfährt er nach seinem Belieben, gewiss nicht, o Herr, und warum nicht? Dies ist ja nicht, o Herr, unser Selbst oder etwas zum Selbst gehörendes. Ebenso auch, ihr Mönche, gehört euch die Körperlichkeit nicht an. Gebt sie auf. Dies aufgegeben wird euch lange zum Heil und zum Glück gereichen. Auch Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein, ihr Mönche, gehören euch nicht an. Gebt sie auf. Dies aufgegeben wird euch lange zum Heil und Glück gereichen. Die dritte Sutta heißt einfach nur ein Mönch. So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene zu Sabati im Jeterhain im Kloster Anata Pindekas. Da begab sich ein Mönch zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Seitwärts sitzen sprach dieser Mönch zum Erhabenen. Gut wäre es, o Herr, wenn mir der Erhabene in Kürze die Lehre zeigte. Nachdem ich vom Erhabenen die Lehre gehört, will ich einsam verweilen, abgesondert, unermüdlich, eifrig und entschlossen. Wozu man neigt, o Mönch, daran wird man gemessen. Woran man gemessen wird, dadurch wird man begriffen. Wozu man nicht neigt, daran wird man nicht gemessen. Woran man nicht gemessen wird, dadurch wird man nicht begriffen. Verstanden ist es, Erhabener. Verstanden ist es, Gesegneter. Wie denn, o Mönch, verstehst du ausführlich den Sinn meiner kurz gefassten Rede? Nun, wenn man, o Herr, zur Körperlichkeit neigt, dann wird man daran gemessen. Woran man gemessen wird, dadurch wird man begriffen. Wenn man zum Gefühl, zur Wahrnehmung, zu den Gestaltungen, zum Bewusstsein neigt, dann wird man daran gemessen. Woran man gemessen wird, dadurch wird man begriffen. Wenn man, o Herr, nicht zur Körperlichkeit neigt, dann wird man nicht daran gemessen. Woran man nicht gemessen wird, dadurch wird man nicht begriffen. Wenn man nicht zum Gefühl, zur Wahrnehmung, zu den Gestaltungen, zum Bewusstsein neigt, dann wird man nicht daran gemessen. Und woran man nicht gemessen wird, dadurch wird man nicht begriffen. So, o Herr, verstehe ich ausführlich den Sinn jener kurz gefassten Rede des Erhabenen. Gut, gut, o Mönch, gut hast du in ausführlicher Weise den Sinn meiner kurz gefassten Rede verstanden. Und jener Mönch, von der Rede des Erhabenen erfreut und befriedigt, erhob sich von seinem Sitz, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig, verzog die Rechtsumwandlung und entfernte sich. Und jener Mönch lebte nun einsam, abgesondert, unermüdlich, eifrig und entschlossen. Und jenes Ziel und dessen wegen, Söhne aus edler Familie gänzlich vom Hause in die Hauslosigkeit vorziehen, diese höchste Vollendung des Asketentums hatte er schon nach kurzer Zeit bei Lebzeiten noch selber erkannt, durchschaut und verwirklicht. Versiebt ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, getan das Werk, nichts weiteres gibt es nach diesem hier. So hatte er erkannt. So war nun auch jener Mönch ein Heiliger geworden. Und die nächste Sutta ist auch aus dem Sangyuta, allerdings aus dem Vedana Sangyuta. Die anderen waren aus dem Kanda Sangyuta. So ist es anzusehen. Diese drei Gefühle gibt es, ihr Mönche. Welche drei? Wohlgefühl, Wehgefühl, weder Weh noch Wohlgefühl. Das Wohlgefühl ist als leidvoll anzusehen. Das Wehgefühl ist als ein Stachel anzusehen. Das weder Wohl noch Wehgefühl ist als unbeständig anzusehen. Hat nun, ihr Mönche, ein Mönch das Wohlgefühl als leidvoll gesehen, das Wehgefühl als einen Stachel, das weder Weh noch Wohlgefühl als unbeständig, dann nennt man ihn, ihr Mönche, ein Mönch, der Recht gesehen hat, der den Durst abgeschnitten, die Fessel gesprengt, durch vollkommene Dünkelversiegung dem Leiden ein Ende gemacht hat. Dann spricht der Bruder noch in Versen. Wer das Wohl als Leiden sieht, als einen Stachel, das, was schmerzvoll ist, und wer, was weder Weh noch Wohl als unbeständig schaut, ein solcher Mönch hat Recht gesehen. Er hat Gefühle ganz durchschaut. Wer die Gefühle so durchschaut, ist triebfrei schon in diesem Sein. Im Dhamma unbeirrt gilt er als Wissensmeister unermesslich, wenn ihm der Körper einst zerfällt. Und weil mich heute jemand über Patitscha Samuppada gebeten hat zu sprechen, wo ich mich aber nie so richtig rantraue, habe ich mir aber überlegt, eine etwas, na, ich will nicht sagen ungewöhnliche, aber doch, also sie erklärt nicht diese ganzen zwölf Teile dieser bedingten Entstehung, aber diese Sutta heißt Betrachtung der Zweiheit. Und was wichtig ist zu verstehen bei dieser bedingten Entstehung, ist, dass es letztendlich bei dieser bedingten Entstehung auch um diese Zweiheit geht, nämlich um die Entstehung des Leidens und das Ende des Leidens. Der erste Teil der bedingten Entstehung, wo bedingt durch Unwissen bzw. Verblendung all diese Glieder entstehen bis hin zu Alter, Krankheit und Tod, durch Unwissenheit bedingt, ist die Entstehung. Und das Ende von Leiden ist eben der Zusammenbruch dieser gesamten Kette mit dem Entwurzeln der Unwissenheit, wo letztlich auch Alter, Krankheit und Tod verschwindet. Und diese sehr schöne Sutta aus dem Suttanipata beschreibt eben diese Zweiheit in sehr vielfältiger Weise. So habe ich gehört, einst weillte der Erhabene in Sabati im östlichen Klostergarten in dem von der Mutter Migara errichteten Stockberggebäude. Damals nun, es war an einem oposater Tag des halben Monats, in einer Vollmondnacht, hatte sich der Erhabene im Freien niedergelassen, umgeben von der Mönchsschar. Da blickte der Erhabene über die völlig stille Mönchsschar hin und redete die Mönche an. Wenn man euch, ihr Mönche, fragt, dann wäre dies zu antworten, eben nur zum Zwecke der wirklichkeitsgemäßen Erkenntnis der zweiheitlichen Dinge. Was aber bezeichnet ihr als Zweiheit? Dies ist das Leiden. Dies ist die Leidensentstehung. Dies ist die eine Betrachtung. Dies ist die Leidensaufhebung. Dies ist der zur Leidensaufhebung führende Pfad. Das ist die zweite Betrachtung. Wenn ein Mönch so in rechter Weise die Zweiheit betrachtet, dann kann man von ihm, sofern er unermüdlich, eifrig und entschlossen lebt, eines von zwei Ergebnissen erwarten, entweder das erlösende Wissen bei Lebzeiten oder, wenn auch ein Haftensrest da ist, die Nichtwiederkehr. So sprach der Erhabene, und nachdem der Gesegnete dies gesagt hatte, sprach der Meister ferner noch jenes. Die nicht das Leiden kennen und des Leidens Ursprung, auch nicht wo Leiden gänzlich restlos wird zunichte, die jenen Weg nicht wissen, führend zu des Leidens Stillung, ermangeln Freiung des Gemüts und die durch Weisheit. Nicht fähig, Endigung zu wirken, Geburt und Altern werden sie erfahren. Doch die das Leiden kennen und des Leidens Ursprung und wo das Leiden gänzlich restlos wird zunichte, die jenen Weg auch wissen, führend zu des Leidens Stillung, sind teilhaft der Befreiung des Gemüts und der durch Weisheit. Befähigt, Endigung zu wirken, erfahren nicht mehr sie Geburt und Altern. Gibt es auch noch auf eine andere Weise eine rechte Betrachtung der Zweiheit? Wenn man euch so fragt, wenn man sich so fragt, dann wäre zu antworten, das gibt es und inwiefern gibt es das? Was da irgendein Leiden entsteht, alles das ist durch die Daseinsstützen, Upadhi, bedingt. Das ist die eine Betrachtung. Eben durch der Daseinsstützen, restlose Vernichtung und Aufhebung, kommt es nicht mehr zur Entstehung des Leidens. Das ist die zweite Betrachtung. Wenn ein Mönch so in rechter Weise die Zweiheit betrachtet, und dann ist wieder Pünktchen, Pünktchen, auf jeden Fall, ist er erlöst. Und von jetzt an zitiere ich also nur die Verse zwischendurch. Also es ist immer das gleiche Schema. Bedingt durch Daseinsstützen bilden sich die Leiden, die in der Welt so mannigfach gestaltet. Unwissend, wer sich Daseinsstützen schafft, stets neu gerät ins Leid der Tor. Daher soll, wenn er erkennt, nicht Daseinsstützen schaffen, wer des Leids, Geburt und Ursprung sieht. Die immer wieder hin sich wenden zum Kreislauf von Geburt und Tod, zum Dasein hier und anderwärts. Unwissen ist, das ihren Lauf bewirbt. Unwissen wahrlich ist der große Wahn, durch den man lange diese Welt durchlief. Die Wesen aber, die zum Wissen kamen, nicht gehen sie mehr ein in neues Dasein. Das ist immer diese Dualität. Wissen, Unwissen, Daseinsstützen ergreifen, nicht ergreifen. Was irgend hier entsteht an Leiden, durch karmisches Gestalten ist's bedingt. Wenn aufgehört hat, karmisches Gestalten, nicht gibt es mehr, entstehen von Leid. Die dieses als das Elend wissen, Leid ist bedingt, durch karmisches Gestalten, die wirklichkeitsgemäß erkennen, dass hier die Leitversiegung liegt, im Ruhefinden jeglichen Gestaltens, im Ende aller Illusion. Die Wissensmeister sind durch rechte Schau, im rechten Wissen, Weise, des Maras Fesseln überwindend, nicht gehen sie mehr ein in neues Dasein. Was irgend hier entsteht an Leiden, durch das Bewusstsein ist all dies bedingt. Doch wenn zum Schwinden kommt Bewusstsein, nicht gibt es mehr, entstehen von Leid. Hat er als Elend dies erkannt, das durch Bewusstsein Leiden ist bedingt, durch das Zuruhe kommen des Bewusstseins ist dann gestillt, der Mönch erlöst. Da die befangen sind, im Sinneneindruck, vom Daseinsstrome fortgerissen, die auf die falsche Bahn geraten, von Fessellösung sind sie wahrlich fern. Doch die den Sinneneindruck ganz verstanden, in solchem Wissen nur, das hohe Stille lieben, sie wahrlich sind befreit und erlöst, durch Sinneneindrucks völlige Ergründung. Ob freudig oder leidig oder keins von beiden, ob eigen oder fremd, was immer auch Gefühl, Wissen, es ist leidvoll, trügerisch, gebrechlich und sehend auch, wie es immer wieder an uns rührt und schwindet, entsüchtet wird er beim Gefühl durch solch Erleben und nach Versiegung süchtigen Gefühls, befriedet ist er dann erlöst. Wenn das Begehren sein Gefährte ist, kreist lange Zeit der Mensch durchs Dasein, dem Werden hier und anderwärts, dem Daseinskreislauf kann er nicht entgehen. Hat er als Elend dies erkannt, Begehren ist des Leids Entstehung, frei von Begehren ohne Greifen soll achtsam wandern, dann der Mönch. Bedingt durch Hangen ist das Werden, geworden sinkt man ein ins Leid, geboren wird man tot erfahren, so kommt es zum Entstehen des Leids. Daher, wenn Hangen ist versiegt, die Weise sind im rechten Wissen, durchschauend der Geburt Versiegung, nicht gehen sie mehr ein in neues Dasein. Was irgend hier entsteht an Leiden, durch das Ergreifen ist bedingt, wenn aber das Ergreifen schwindet, nicht gibt es mehr Entstehen von Leid. Hat er als Elend dies erkannt, Leid ist durch Ergreifen bedingt, wenn aber Eingreifen schwindet, nicht gibt es mehr Entstehen von Leid. Hat er als Elend dies erkannt, Leid ist durch Eingreifen bedingt, hat er sich jeden Eingreifens entäußert, er durch Nichtergreifen, durch Nicht-Eingreifen befreit. Der die Begier nach Dasein abgeschnitten, ein Mönch mit ruhevollem Geist, hat er den Kreislauf der Geburten überschritten, Nicht-Gibt-Es-Für-Ihen Wiedersein. Was irgend hier entsteht an Leiden, durch Nahrung ist all dies bedingt, durch Aufhören der Nahrungsformen, nicht-Gibt-Es-Mehr-Entstehen von Leid. Hat er als Elend dies erkannt, durch Nahrung ist es Leid bedingt, wenn alle Nahrung er durchschaut, an keiner Nahrung hängt er an. Wenn er Gesundheit recht versteht und seine Triebe sind versiegt, besonnen im Gebrauch der Notdurft, feststehend in der Wahrheitslehre, geht nicht mehr in Benennbarkeit er ein, als Wissensmeister. Was irgend hier entsteht an Leiden, durch Regung ist all dies bedingt, wenn aber Regung schwindet, nicht gibt es mehr Entstehen von Leid. Hat er als Elend dies erkannt, durch Regung ist das Leid bedingt, hat er der Herr, der Wunschesregung sich entäußert, zum Stillstand das Gestalten auch gebracht, Unregsam ohne anzuhangen soll achtsam wandern dann der Mönch. Der Unabhängige erzittert nicht, wer abhängt aber, wer da angehängt, das Dasein hier und anderwärts, die Wandelwelt kann er nicht überschreiten. Hat er als Elend dies erkannt, in Abhängigkeiten liegt Gefahr, unabhängig ohne anzuhangen soll achtsam wandern dann der Mönch. Die Wesen reiner Form und die in Form befreiten Welten wohnen, Unwissende der Aufhebung sind Wandernde im Wiedersein. Doch die durchschaut die Welten reiner Form und nicht verwurzelt in den Form befreiten, durch Aufhebung sind sie erlöst, solch Wesen lassen hinter sich den Tod. Sieh hier die Welt mit ihrer Götterschar, Ichloses wähnen sie als Ich, in Geist und Körper eingewöhnt, meint sie, dass dies die Wahrheit sei. Was auch immer sie vermeinen, anders wird es doch geraten, denn als Irrtum hat ihr dies zu gelten und Irriges hat nicht Bestand. Ein Zustand ohne Irrtum ist Nibbana, das Wissen heiliger als wahr. Sie wahrlich sind gestillt, erlöst, nachdem die Wahrheit sie durchschaut. All jene Formen, Töne, Säfte, Düfte und die Berührungen, Gedanken, soweit sie angenehm, erwünscht sind und erfreulich, wenn sie bestehen, gelten sie der Welt als Glück und wenn sie schwinden, gilt es ihr als Leid. Als Glück erkennen es die Heiligen, zunichte werden dieses Ich-Gebildes. Der ganzen Welt ist freilich dies zuwider, nicht aber denen, die verstehen. Was Glück ist für die anderen, leidig nennt's der Heilige. Was leidig gilt den anderen, der Heilige weiß es als Glück. Sieh diese Lehre, die so schwer erkennbar, die Einsichtslosen sind hierbei verwirrt. Wie Finsternis ist denen, deren Blick verschleiert und Dunkelheit für solche, die nicht sehen. Den Guten aber ist es offenbar, gleich wie den Sehenden das Licht. Obgleich so nahe bleibt es fern den Toren, den Unerfahrenen in der Leere bleibt es unverständlich. Den der Daseinslust befangen vom Daseinsstrom fortgerissen, die ins Bereich des Todes sind geraten, nicht leicht begreiflich ist für sie die Lehre. Wer könnte außer Heiligen jene Städte auch begreifen, wo Triebbefreite weilen durch höchste Weisheit ganz erlöst. Wenn wir diese Worte hören, die Reaktionen werden sehr unterschiedlich sein, von Ball zu Fall. Die meisten werden wahrscheinlich mit der Zunge oder mit dem Kopf oder mit den Ohren schlackern. oder sich die Nackenhaare aufstellen oder die Zähnägel aufrollen. Bei anderen wird tiefe Freude im Herzen einkehren, Ruhe, Stille, Frieden, Verzückung im Dhamma. Andere werden mehr oder weniger gleichgültig da sitzen. Und naja, die Frage, die ich eigentlich in den Raum stellen wollte oder um die ich jetzt versuche einen kleinen Vortrag zu spinnen, ist einfach diese Frage, warum ist dieses Dhamma so schwer zu sehen. All diese Sutten, diese Lehrreden, die ich gerade vorgetragen habe, alle zielen ab auf dieses Begreifen, dieses Verstehen, dieses Sehen der Daseinsgruppen. Die eine Sutta ist eine genaue Kopie, also die Wahl über die Daseinsgruppen ist eine genaue Kopie, die es auch für die Sinnesgrundlagen gibt. Das heißt, wir haben Körpergefühle, Wahrnehmung, Gestaltung, geistige Gestaltung, Bewusstsein, oder aber wir haben Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und den Geist als sechste Sinnesgrundlage, die entsprechenden Objekte. In der einen Sutta sagt der Buddha, gehört euch alles nicht, ist genauso, als wenn jemand die Stöcke hier im Wald verbrennt, geht euch nichts an. Wenn er die aufgibt, diese Dinge, dann werden solche lange zum Glück gereichen, lange zur Freude gereichen. Jetzt in der letzten Sutta, das was den normalen Menschen lieb ist, das sieht der Heilige, der Edele als Leid, das was der Mensch als Leid sieht, nämlich das Aufgeben dieser Dinge, dieses Ich-Wahns, das sehen die Heiligen als Glück. Also wir haben es umgekehrt, wir haben es 180 Grad verdreht, alles ist, steht Kopf. Und der Buddha sagt, hier, genau da müssen wir hinschauen. Dies ist das Leiden, dies ist der Ursprung des Leidens, dies ist das Ende des Leidens, dies ist der Weg, der dahin führt, immer diese Zweiheit. In dieser Sutta sehr schön veranschaulicht an all den Dingen, durch die bedingt Leiden entsteht. Ob es das Ergreifen der Daseinsstützen ist, ob es ganz egal, es gibt so viele Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir immer wieder uns verstricken, wie wir uns immer wieder Leiden schaffen und nicht in der Lage sind, diesem Dilemma zu entkommen. Und die von uns, die praktizieren, stellen uns diese Frage halt. oft, beständig, regelmäßig. Wo ist das Problem? Also diese, die Tatsache, das Ergreifen, Verlangen, Wünschen und das Gegenteil, nicht wünschen, nicht haben wollen, mögen und nicht mögen, ist genau da ist der Ursprung. Und wir können vielleicht anfangen zu sehen im täglichen Leben, wie immer wieder unsere Energie geraubt wird, wenn der Geist nicht still ist. Wir sind ständig hin und her gezogen, zwischen diesem mögen und nicht mögen. die Welt ist so, wie sie ist, die fünf Daseinsgruppen sind so, wie sie sind. Körperlichkeit ist Körperlichkeit, Gefühl ist Gefühl, angenehm, unangenehm, neutral, Wahrnehmung sind Wahrnehmung, Gedanken, Gestaltung, geistige Formationen, sind so, wie sie sind, Bewusstsein. Aber dieses Ergreifen dieser Dinge, dieses Vermeinen dieser Dinge, dieses Meinmachen, zu einem Ich-Machen und dieses ständige Mögen und Nichtmögen, Verlangen und Aversion, das da, wo wir uns üben können. Ich meine, die Sache, die wir in Thailand bis zum Abwinken gehört haben, war immer wieder Otton und wir haben uns alle lange gefragt, so Otton, Otton, Otton heißt aushalten, ausharren, geduldig sein, geduldiges Verweilen, ausharren. Was müssen wir, wo müssen wir ausharren? Wo müssen wir ausharren? Wo müssen wir diese Geduld üben? Was sagt der Buddha zur Aufhebung des Leidens? Er sagt, der Grund von Leiden ist eben dieses Ergreifen, dieses Verlangen und das Ende vom Leiden ist das Aufgeben dieses Verlangens, das Aufgeben dieses Ergreifens, das Loslassen. Aber wie kann ich loslassen? Wie kann ich nicht verlangen? Und eine Übung ist halt eben dieses Ausharren, dieses Ertragen, wie oft verlangt es uns nach irgendetwas und irgendwas in uns weiß genau, wenn ich dem nachgebe, dann folgt dem dieser endlose Rattenschwanz, der letztendlich immer wieder zu dem gleichen Punkt führt, nämlich zu Trauer, Sorge, Kummer, Leid und Verzweiflung. Letztendlich wissen wir, dass es uns auf lange Sicht nicht in der Lage ist, Frieden und Glück zu bringen. Irgendwas, in uns weiß, um diese Vergänglichkeit, weiß, um diese Unfähigkeit, Kontrolle über diese Dinge zu gewinnen, weil die Dinge einfach nicht unserer Kontrolle unterliegen, sie gehören uns nicht. Genauso wie 2G im Jeterhain uns nicht gehören, gehört es auch dieser Körper nicht, gehören uns diese Gefühle nicht, gehören uns diese Wahrnehmung nicht, gehören uns diese Gedanken nicht, gehören uns dieses Bewusstsein nicht. Aber das ist natürlich ein harter Brocken zu schlucken, weil es scheint ja doch so, als wenn uns diese Dinge gehören würden. Und ich meine, die von uns zumindest, sag ich jetzt mal, die wirklich dieses tiefe Vertrauen haben, und die ja auch wirklich versuchen, diesen Weg zu gehen, selbst für die von uns ist es eben schwer, an diesen Stellen, wo uns eben diese Dualität, dieses Mögen und Nichtmögen erwischt, loszulassen. Und ich habe halt dieses Ausharren und dieses Das hört sich halt immer so fast brutal an, als müsste man sich irgendwas abkneifen oder irgendwas wegdrücken oder sich irgendwas verbieten oder sich irgendwo selbst quälen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, jedes Mal, wenn ich wirklich in der Lage war, aus Vertrauen vielleicht zunächst nur mal auszuharren und diesem Begehren, diesem Verlangen, diesem Trieb nicht zu folgen, dann habe ich eine gewisse Erkenntnis gewonnen. Weil ich muss ja Erfahrungen sammeln. Wir können es ja nicht einfach so loslassen. Wir können ja nicht so vermessen sein. Wir machen unser Ding und irgendwann kommt dann das große Wunder und dann sind wir erleuchtet. Geht ja nicht. Da muss ja irgendetwas, der spricht ja von einem graduellen Training, von einem Schritt für Schritt für Schritt für Schritt langsamen Training. Da muss ja irgendwo anfangen. Wo fängt diese Möglichkeit an, loszulassen? Wo fängt diese Möglichkeit an? Ja, die fängt jeden Tag an, die ist jeden Tag da. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit uns diesem Strom, diesem Daseinsstrom, diesem Begehrensstrom entgegenzustellen. Es gibt jeden Tag, jederzeit genug Möglichkeiten diesem Begehrensstrom zu sagen Nein. Aber warum ist es so schwer? Fehlt uns das Vertrauen in das Dhamma? Aus Vertrauen zu sagen Nein Danke oder ist der Drang, ist der Trieb so stark, dass wir meinen, dass wir da nichts gegen machen können? Wo ist das Problem? Weil jedes Mal kann ich garantieren, jedes Mal, wenn wir egal in welchem Maße, egal in welcher Menge, in welcher Dosierung in der Lage sind, diese vier noblen Wahrheiten, vier edlen Wahrheiten dahingehend anzuwenden, dass wir eben ausharren, wenn dieser Strom, diese Tendenz, diese Triebe, wenn die über uns hinweg fegen, in dem Maße, in dem wir dem widerstehen können, entsteht Wohl, Wohlgefühl. Sowohl aus der Erkenntnis, dass es wirklich funktioniert, diese Einsicht führt natürlich zu der Freude und zu der Erkenntnis, dass es wirklich funktioniert, dass es das, was diese Weisheit entwickelt, aber auch die unmittelbare Erlebensqualität, das unmittelbare Gefühl, was daraus resultiert, nicht diesem Strom gefolgt zu sein. Es ist ein angenehmes Gefühl, aber es muss halt erfahren werden, direkt erfahren, direkt erlebt werden. Klar, wir kennen alle das angenehme Gefühl, was sich daraus ergibt, diesem Begehrensstrom zu folgen und dann, wie es auch in der Sutta so schön hieß, wenn wir alles das bekommen, was wir wollen, dann geht es uns gut und alles ist wunderbar und prima und toll. Das ist auch ein schönes Gefühl, na klar, freuen wir uns auch, wenn wir die Dinge kriegen, aber wie lange halten sie den an? Letztendlich müssen sie immer wieder ins Gras beißen, weil sie eben diesen natürlichen Charakteristiken unterliegen und gar nicht anders können, als letztendlich vergehen, zerfallen, auseinanderbröckeln und dann stehen wir wieder da wie vorher. Weil jetzt letztlich in den Interviews oder Gesprächen mit Leuten, die im Kloster waren, oftmals so zur Sprache gekommen, diese Diskrepanz, die sich daraus ergibt, auf der einen Seite wollen wir praktizieren und fühlen uns gut, wenn wir beispielsweise im Kloster sind und viel Zeit haben zu meditieren, die Meditation läuft, alles scheint prima, aber wenn ich dann wieder da raus muss und diesem normalen weltlichen Leben mich stellen muss, dann klappt wieder irgendwas nicht, dann ist die Meditation abends wieder nicht mehr so gut oder Konzentration ist nicht da, die Achtsamkeit ist dahin, man muss tausend Sachen machen, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum ist da ein Unterschied, oder die ich auch in einem der Gespräche versucht habe rauszubringen, warum ist da ein Unterschied zwischen dem sogenannten normalen weltlichen und dem sogenannten unnormalen nicht weltlichen? der einzige Unterschied der da ist ist mögen und nicht mögen jemand der nicht mehr nicht mehr nicht mag und nicht mehr mag für den ist die Welt so wie sie ist die Dinge die passieren so wie sie passieren vollkommen in Ordnung die Welt ist in Ordnung okay vollkommen alles in Butter die Dinge sind nur ein Problem weil wir ein Problem haben dadurch dass wir mögen oder nicht mögen wenn ich kein Problem habe kann die Welt so sein wie sie will die Dinge können so sein wie sie wollen die Leute können zu mir sagen was sie wollen es kann passieren was will der Geist ist unbewegt der Geist bleibt friedvoll der Geist bleibt stabil der Geist bleibt hell erfreut gesammelt es Frieden es ruht die Natur der Erwachten wie es auch in den Sutten so schön immer wieder beschrieben wird da bewegt sich nichts da zappelt keiner da gibt es kein hin und her gerissen sein und genau dieses hin und her gerissen sein dieses zappeln dieses zittern dieses bewegen dieses da ist das Problem da ist der Ursprung des Leidens je mehr wir in der Lage sind das zumindest einmal anzunehmen und zu versuchen diesen Mögen und Nicht Mögen zu widerstehen in dem Maße in dem wir die Anstrengung machen den Geist immer wieder in die Mitte zurück zu bringen immer wieder in die Mitte zurück zu bringen immer wieder in die Mitte zurück zu bringen uns nicht hinreißen lassen zu Negativität zu zum anderen Extrem es ist ja es ist ja nicht nur das eine wir können nicht das eine aufgeben und das andere behalten Mögen und Nicht Mögen ist das Gleiche ist die Kehrseite der Medaille und diese Vorstellung das war für mich halt immer so die Faszination in meinen Zusammenkünften mit solchen verwirklichten Meistern die auch jetzt die jetzt letztlich wieder hier waren ich weiß nicht wo die sind in ihrer Praxis ist auch nicht für mich so wichtig aber ich sag mal diese Ausstrahlung beispielsweise von Lungpa Munchu das war der ist einfach in Frieden vielleicht ist er noch nicht noch kein Ahan aber er hat zumindest ganz offensichtlich so viel begriffen dass er sich nicht mehr aus dieser Ruhe aus diesem Gleichgewicht bringen lässt er ist einfach cool und deshalb ist es so schwer Dhamma zu sehen weil wir eben so oftmals so wenig Bereitschaft haben und nicht eingeschlossen ich meine ich gebe den Dhamma Talk schließlich auch für mich ich meine es nicht weil es fehlt einfach oftmals an der Bereitschaft nein zu sagen oder ja zu sagen einfach an der Bereitschaft gegen diesen Strom gegen den Strich zu gehen und wir brauchen diese Erlebnisse wir brauchen diese Erfahrungen wir brauchen diese Erfolgserlebnisse und die kriegen wir aber nur wenn wir entsprechend praktizieren die kriegen wir wirklich nur wenn wir diesem Strom gegen diesen Strom angehen anschwimmen ankämpfen wenn wir nicht dagegen ankämpfen dann haben wir die Erlebnisse nicht die wir brauchen um unser Vertrauen auf der einen Seite zu stärken und dann eben mit diesem gestärkten Vertrauen dann den Strömungen entgegen zu wirken die oftmals wirklich stark sind wir müssen bei diesen diesen kleinen Zuckungen erstmal lernen in der Lage zu sein nein zu sagen weil wenn uns die wenn uns die großen Wogen überfluten dann werden wir einfach mitgerissen das wissen wir alle da können wir nichts dran ändern aber die Ermutigung die ich einfach heute Abend geben will ist einfach zu gucken wo kann ich denn wie weit kann ich denn wo kann ich denn diesem Strom entgegen gehen wo kann ich denn gegen diesen Strom anschwimmen wo bin ich denn in der Lage mal nein zu sagen und das gilt auch für die Meditation wie oft wird die Meditation einfach zu einem naja irgendwie zu so einer Routine und wenn die Meditation zu einer Routine wird dann lasse ich mich irgendwie von meinem von diesem gewohnten Meditationsstrom in irgendeinen pseudo friedvollen Zustand lullen und bin wahrscheinlich auch noch so dumm hinterher zu glauben dass ich eine einigermaßen gute Meditation gehabt habe aber wenn da nicht Klarheit ist wenn da nicht Frische ist wenn da nicht wenn das nicht anfängt zu leuchten und hell zu werden und richtig angenehm zu werden und diese Klarheit im Geist entsteht da kann man davon ausgehen das war einfach von wem ist der Ausdruck noch Moha Samadhi also verblendete Meditation oder verblendete Konzentration auch in der Meditation wenn der Geist irgendwelche in irgendwelche Gewohnheiten verfällt auch diesen Gewohnheiten widerstehen mal was anderes probieren mal was weiß ich nicht immer in die gleiche Richtung gucken beim Meditieren oder weiß ich nicht einfach kreativ sein weil diese diese Kreativität diese diese Genialität braucht es einfach um zu sehen wie wir immer wieder diesem Strom folgen weil wenn wir ja wirklich wüssten dass wir diesem Strom folgen und das hat ein Problem ist und das hat der Grund allen Leidens ist und dass wir da was gegen tun müssten dann würden wir ja vielleicht auch was dagegen tun aber das potenziert ja nochmal das ganze Problem dass wir uns ja eigentlich unsere eigenen Situation gar nicht bewusst sind die Genialität von Gier, Hass und Verblendung ist ja uns vorzugaukeln dass wir gar keine Gier haben dass wir gar keinen Hass haben und dass wir schon gar nicht verblendet sind die Natur der Verblendung ist dass wir nicht wissen dass wir verblendet sind weil wir können nicht wissen dass wir verblendet sind wir können nur wissen dass wir verblendet waren das ist ein ganz wichtiger Punkt diese diese wie Palasa wie Palasa Verdrehungen Verdrehungen genau die Verdrehung des Geistes wir erkennen halt nicht wir können nicht wir können nicht erkennen dass wir nicht sehen wir können nur erkennen dass wir nicht gesehen haben nachdem wir gesehen haben also wir müssen eigentlich ständig hinterfragen wo wir dem Strom folgen ob wir dem Strom folgen ob wir praktizieren ob wir nicht praktizieren ob wir die Anstrengung machen die richtige Anstrengung machen ob wir nicht die richtige Anstrengung machen weil in dem Moment wo wir aufhören zu hinterfragen in dem Moment wo wir irgendwas für selbstverständlich annehmen indem wir den Dingen einfach ihren Lauf lassen können wir mit Sicherheit davon ausgehen dass wir wieder in diesen in diesem Daseinsstrom paddeln und deshalb müssen wir uns einfach so die Momente suchen von Tag zu Tag von Moment zu Moment wo wir einfach mit Achtsamkeit schauen wie ist diese Situation wie ist die Situation bin ich jetzt in der Situation wo mein Geist friedvoll ist oder bin ich nicht friedvoll und wenn ich nicht friedvoll bin wenn ich nicht still bin wenn ich nicht gelassen bin wenn ich nicht cool bin dann muss ich davon ausgehen dass ich Leiden produziere in dem Moment aktiv weil ich nämlich entweder mögen oder nicht mögen folge und das ist ein Dilemma ein ernsthaftes Dilemma und man kann sich natürlich inspirieren lassen von diesen ja gerade diesen Sutten wo es einfach um um diejenigen geht oftmals die es geschafft haben man kann sich versuchen ja auch einfach diesen diesen wunderbaren Geisteszustand vorzustellen wenn man wirklich in Frieden ist vielleicht kann man das ja als Anreiz nehmen oder man kann sich das andere man kann sich die das Leid vor Augen führen was sich eben daraus ergibt dass ich nicht gegen den Strom gehe so die Zuckerbrot und Peitsche halt manchmal brauchen wir Zucker Zückerchen können es nicht immer die Peitsche geben funktioniert nicht geht nicht aber können es auch nicht immer nur Zückerchen geben weil geht auch nicht und so der weise Praktizierende der weiß einfach wann er sich die Peitsche geben muss und wann er sich ein Zückerchen geben kann oder zu welchen Situationen einfach die eine oder andere Methode einfach besser funktioniert je mehr wir unseren Geist kennen je mehr wir in der Lage sind zu sehen wie wir mit unserem Geist umgehen können zu bestimmten in bestimmten Situationen umso kreativer wir werden umso mehr kriegen wir die Sache in den Griff aber solange einfach klar ist dass es letztendlich immer darum geht cool zu werden cool zu bleiben oder wie man im Englischen sagt cool nicht zu verlieren und so diese dieses Getriebensein wenn man sich dann immer wieder als Leiden vorführt immer wieder unter diesem Druck zu stehen auf eine bestimmte Weise handeln zu müssen wir müssen nicht handeln wir müssen gar nichts aber machen es trotzdem aus der Gewohnheit heraus wir sind nicht dazu verdammt bis ans Ende unserer Tage dumm zu bleiben wir haben die Möglichkeit und diese Möglichkeit ergibt sich einfach aus diesem diesen Ausharren diesem sich gegen diesen Strom stellen weil wir eben daraus diese Erfahrungen sammeln diese Erfahrungen brauchen wir wenn wir die Erfahrungen nicht haben dann sammelt sich sammelt sich die kann sich die Kraft nicht sammeln wir brauchen positive Erfahrungen wir brauchen Erfolgserlebnisse jeder braucht Erfolgserlebnisse ohne Erfolgserlebnisse ja machen wir halt weiter wie bisher weil so dieses dieses Glück was sich aus dem aus dem sich hingeben dieses Stroms ergibt kennen wir ja wir wissen ja was wir aus einem guten aus einem guten Mahlzeit kriegen guten Sex kennen wir ja und die Sachen sind ja recht einfach zu haben ich weiß nicht wie einfach guter Sex für uns schwer zu haben damals Mönche ja mit dem Essen das ist irgendwie auch nicht da der ganze Gematsche da in der Schale wenn einmal alles da drin ist das sieht so alles gleich aus also bleibt irgendwie nicht viel Übung ist dann irgendwie auch Fahrt auf Dauer da muss schon irgendwas kommen ja und das müssen wir einfach abwägen deshalb wollte ich auch dieses Sutton vorlesen ich finde das immer wieder faszinierend diese letzte Sutta da im Suttanipata eine meiner Lieblingssutten wow der Buddha hat sich echt kein Blatt von den Mund genommen er hat es echt gesagt wie es ist es ist 180 Grad verkehrt steht Kopf aber warum halten wir daran fest warum halten wir daran fest warum haben wir nicht warum glauben wir dem Buddha nicht und klar wir können dem Buddha erst glauben das hat er selber in einer Sutta sehr schön gesagt und wir es selbst kapiert haben und selbst erfahren haben der Buddha hat seinen Schüler gefragt glaubst du mir der Schüler hat gesagt nee ich glaub dir nicht gut so gut so sollst mir auch nicht glauben sollst selbst die Erfahrung machen aber ist auch ein Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen ich muss schon das Vertrauen haben dass der Buddha wusste wovon er geredet hat nämlich das Vertrauen nicht hat dann werde ich natürlich auch nicht die Anstrengung machen mal gegen den Strom zu gehen aber wenn man diese Zweiheit oder diese Zweiheit also Samutaya ist Leiden und der Ursprung und Niroda ist die Aufhebung und der Weg und das auf jeder Ebene durchzieht sich durch jede Phase unseres Daseins Ja vielleicht kann man noch ein paar Erlebnisse teilen wie geht es euch ich meine wie seht ihr die Sache warum ist es so schwer schafft ihr es oft mehr weniger als oft habt ihr irgendwelche Erlebnisse gemacht irgendwelche Erfahrungen hinsichtlich dieser dieser Zweiheit oder dieser vielen Wahrheiten die mal angewendet praktiziert warum ist es so schwer ruhig zu bleiben cool zu bleiben warum wie geht es euch so und das ist der Kern der Lehre so ist es echt geht eigentlich wieder um das gleiche Freiheit ist nicht Freiheit unseren Begehren folgen zu können sondern ist Freiheit von Begehren zu erlangen und das geht natürlich nur wenn wir so weit den Weg zu unserem eigenen Herzen gefunden haben dass eben diese Dinge nicht mehr so stark an unserem Herzen rühren und ich wollte heute Abend bewusst mal keinen Samadhi Vortrag geben weil natürlich ist Samadhi der Weg wir brauchen diesen Geist wir müssen diesen Geist sehen erkennen erhellen weil in diesem Geist liegt diese Coolheit diese Ruhe diese Stille und diesen Geist zu ergründen geht nicht nur über ein Samatha Objekt geht nicht nur darum jetzt meinen Atem zu beobachten oder meinen Mantra zu benutzen sondern diese Dynamik diese Fähigkeit auszuharren diese Fähigkeit gegen den Strom anzugehen um eben den Geist immer wieder entweder in die Mitte zurückzubringen oder in der Mitte zu halten ist eine Sache die sich sowohl in der Meditation als auch außerhalb der Meditation auswirkt dann heißt sich also teilweise auch Empathie abschneiden ne stimme ich voll und ganz mit dir ein wir haben sogar letztlich noch eine kleine Diskussion darüber gehabt weil oftmals es gibt so diese vier nennen sich himmlischen Verweilungszustände diese liebende Güte Mitgefühl Mitfreude und als vierten Gleichmut und viele Leute meinen auch Gleichmut ist das Höchste ich muss gleichmütig werden und Gleichmut ist auch das Höchste ist auch das Erhabenste aber für viele Leute die noch sehr zwischen diesen Extremen von Mögen und Nichtmögen hängen wenn die versuchen sich zum Gleichmut hinzuwenden dann artet es in Gleichgültigkeit aus und Gleichgültigkeit ist ein unheilsamer Zustand während Gleichmütigkeit ein heilsamer Zustand ist und da ist halt eben die Gefahr das heißt man sollte erstmal versuchen immer wieder diese Extreme auszubalancieren es geht nicht so rum jetzt mit Gewalt die Mitte zu finden weil dann geht es in Gleichgültigkeit es geht erstmal darum das eine Extrem mit einem anderen positiven in Balance sei wenn ich viel Ärger habe muss ich viel Liebe entwickeln wenn ich zu viel Lust habe dann muss ich was anderes entwickeln ich muss die Balance finden und diese Mitte die ergibt sich irgendwann selbst aber diesen Gleichmut zu forcieren gerade wenn man noch viel Verunreinigung hat viel Gier hat viel Verblendung viel Hand Erbe Aversion hat artet in der Regel in Gleichgültigkeit aus und da ist natürlich eine große Gefahr aber du wirst mir sicherlich weiß ich nicht beipflichten wenn wenn ich sagte ein ausgeglichener Geist viel effektiver ist als einer der immer hin und her gerissen ist also ich spreche jetzt von diesem heilsamen Gleichmut aber es ist schon richtig viele Leute so das Wort cool das war jetzt auch nur wenn ich besser sein fiel aber viele Leute die verstehen das nicht und da ist natürlich eine Gefahr die sich das ganz ja aber mir hat es am Anfang jetzt schon die Nägel hoch weil letztendlich wenn das Ziel ist also nicht mehr zu informieren und natürlich auch keine Lüste zu entwickeln dann ist es ja auch das nicht mehr dann ist es ja auch das Ende der Menschheit also ich weiß schon ihr sagt jetzt nicht jeder muss Mönch werden aber wenn das eigentlich das Wesentliche ist das ist dann und das also dass man dann doch immer wieder Kinder kommen und man sich fortpflanzt war bis jetzt für mich zumindest schon immer auch Menschsein ist ja auch Menschsein wird doch immer Menschsein bleiben und in dem Rahmen sagt der Buddha ja auch nichts dagegen er sagt ja wenn ich solange ich da sein will die meisten Wesen wollen ja da sein dann muss ich halt gucken dass ich innerhalb des Daseins gucke dass ich meinen Akt zusammenkriege das heißt ich muss schauen dass ich irgendwie mir selber nicht schade und anderen nicht schade und innerhalb dieses Daseins eben helle und angenehme Bereiche erfahre das ist auch okay nur er sagt der Buddha sagt halt eben die Gefahr ist halt eben dieses immer wiederkehren also diese diese Tatsache dass dieser dieser Trieb nach Dasein der Trieb nach Erleben ist so stark dass er eben halt uns von einer Existenz in die nächste katapultiert da ist immer wieder Alter, Krankheit, Tod Alter, Krankheit, Tod Alter, Krankheit, Tod das heißt auf lange Sicht ist halt eben die einzige Möglichkeit diese Upadi diese Daseinsstützen halt eben zu durchschauen und aufzugeben um wirklich diesen Dasein weil Dasein immer bedingt ist ein Ende zu machen also Nibbana ist sozusagen die einzige wie auch in dieser einen Sutta sagt das einzig Wahre weil es eben unbedingt ist solange Existenz was ja immer von Bedingungen abhängig ist wird es auch immer wieder vergehen das ist eigentlich Wahre das ist eigentlich die einzig stabile ist halt eben Nibbana also ist es nicht in der Buddha Lehre so dass der Menschenbereich irgendwas sündig ist oder so sondern der Buddha sagt ihr könnt so machen aber beklagt euch nicht hinterher genau es ist zutiefst menschlich aber beklagt euch nicht es ist zutiefst menschlich aber nochmal auf die Kathi so ein bisschen provokativ irgendwie da nochmal drauf zurückkommen aber bei mir ging das ja auch so ich war ja auch 10-15 Jahre war ich so ein Retreat Junkie und so weiter und dieses High immer in den Kloster sein und meditieren und alle friedlich und alle nett und warum es so lange gedauert hat dann tatsächlich Mönch zu werden war ja letztendlich wenn ich so ganz ehrlich bin nicht die Furcht jetzt vor eben acht Precepts einhalten zu müssen oder Entsagung oder sowas sondern die Furcht davor dass es irgendwann langweilig wird dass dieser Kick den ich kriege einfach nicht mehr da ist wenn ich Mönch bin und lebenslang Retreat lebenslänglich bekommen habe das Lebenslänglich ich meine es ist ja nicht so dass wir jetzt lebenslangen Retreat sind im Gegenteil also seit ich Mönch bin so intensive Schweigephasen waren eher selten gibt es auch wenn ich alleine irgendwo in den Bergen bin aber so ist das Mönchsleben nicht design das ist kein Retreat aber der dieses Neue das Besondere des Klosterlebens was so eben dieses Glück ist das ist auch unbeständig und die die Coolness die liegt auf einer anderen Ebene die liegt davon dass man das komplett loslässt selbst der Wunsch nach Frieden und nach klösterlichem Umfeld die ja der nicht irgendwie nur langweilig sondern einfach dass das sich abnutzt dass selbst dieses Glück sich abnutzt und das das dann doch wieder darin ausartet dass ich versuche mir mein Dasein irgendwie so angenehm oder nett zu gestalten dass das doch zum Scheitern verurteilt ist selbst wenn alles passt und wir haben ja auch Beispiele auch von Ordinierten die eigentlich perfekte Bedingungen haben und dann müssen sie auch wieder irgendwo anders hingehen oder müssen was weiß ich irgendein Projekt oder irgendeinen Lehrer suchen oder irgendwas passt immer nicht oder Leute die aus dem Mönch seine Karriere machen oder die dann irgendwann wieder Hosenträger werden nicht mal das aber du kannst ja auch aus diesem Mönch sein jetzt irgendwie Lehrer sein oder irgendwo kannst du aus der Karriere machen und dann ergreifst du aber wieder diese äußeren Bedingungen und brauchst wieder diese bestimmten Bedingungen um das aufrecht zu erhalten und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache ich finde es eben so schwierig der Unterschied zwischen dem Leben hier im Kloster und draußen ist eben dass man halt so Angriffsfläche von zwei Seiten hat also einmal der Geist die eigenen Konditionierungen was man halt so an negativen Sachen so in sich hat und dann aber auch nochmal einfach das was von außen auf einen Einstürmen also es ist halt irgendwie in der ersten nicht mal einfach zu viel irgendwie das dann zu bewältigen und hier ist es eben es ist wie so ein geschwundenen Schutzraum und sicherlich gibt es ja auch Sachen die da vielleicht von außen nicht hundertprozentig perfekt sind aber es ist halt irgendwie also ja es ist mehr Zeit da für Praxis und es ist mehr es ist einfach ein kontemplatives Leben halt anstelle das Problem naja gut den Schutzraum den müssen wir uns geben und je mehr wir können desto besser natürlich ich meine du hast recht aber die Gefahr auf die ich halt hinweisen wollte so ein bisschen ist auch diese Abhängigkeit wo er spricht ja in einem dieser Punkte auch von dieser Abhängigkeit so wir machen uns halt abhängig und wie kann ich diese Abhängigkeit wie kann ich mich unabhängig machen ich kann mich nicht unabhängig machen indem ich die äußeren Dinge verändere geht nicht kann ich nicht die einzige Möglichkeit mich unabhängig zu machen ist bei mir und ich verstehe schon dass das Dilemma ist klar natürlich der Bruder sagt ja auch ruhige Plätze aufsuchen stille Plätze aufsuchen sagt er ja nicht umsonst aber die Gefahr ist halt eben wenn wir immer versuchen irgendeiner Sache zu entfliehen indem wir die äußeren Bedingungen versuchen zu verändern dann lernen wir halt nicht wie wir in uns selber entfliehen können so der Buddha hat nichts gesagt gegen entfliehen hat gesagt entfliehen ist gut aber eben nicht unbedingt nur physisch also ich hab halt die erfahrung gemacht als ich das erste mal entflogen bin ins Kloße gegangen bin da hab ich gemerkt okay der Ort ist jetzt sehr total ruhig aber mein Geist spinnt trotzdem da hab ich gemerkt es kann eigentlich sein was will es ist eigentlich immer irgendwas nicht in Ordnung und immer irgendwas nicht perfekt da bin ich das erste mal so stutzig geworden und hab eigentlich gemerkt ich muss was in mir selber bewegen sonst bewegt sich nichts genau und das hab ich aber nur erkannt weil ich eben den Schritt gemacht und den guten Ort gehabt hatte klar die gehören zusammen du suchst natürlich nach stillen Orten aber wie du schon sagst viele Leute kommen an stillen Orten die können im stillen Ort nichts anfangen aber dieses schöne Vortrag von Bumabua Bumabua ich glaube ich hab ihn schon mal erzählt der ist zutillieb der hat ganz viele Hunde bei sich im Kloster und Hühner und weiß nicht was also da ist ein Chaos ein Lärm in diesem Kloster das kannst du echt nicht vorstellen Hunde Gebelle und Hühner die den ganzen Tag gackern und die ganze Nacht möglich auch noch ja und dann haben sich halt irgendwelche Mönche beschwert weil warum man die Hühner nicht mal in die aus dem Kloster schmeißt und die Hunde mal abgibt damit sie nicht mal reingehen und er hat sich irgendwie nur schlapp gesagt lacht und hat gesagt ja hier also gegen die Hühner im Kloster wollte er was machen aber gegen die Hühner in eurem Geist nicht bei Lopussau gab es keine Hühner der war gegen Hühner meistens sind auch gegen Hunde ja aber oft habe ich auch so ein bisschen das Gefühl dieser Wunsch dem Alltag entfliehen und im Kloster ist so schön aber das eben noch auf dieser einen Ebene man will das eine haben das angenehme haben was sich aber verändert wie wir aus den Lehrreden gehört haben und das ist cool also das was drüber steht ist ja eigentlich eine Abwendung davon also da muss ich bereit sein zu sagen okay dann halt Könnchen und Nonne werden Haare ab zack kein guter Sex mehr kein Schleifter Sex mehr kein Post Coitaler Kater wie ein Stellerfreund von mir aber was mich eigentlich bewegt ist diese Abwendung oder die Coolness gegenüber dem Essen weil du gesagt hast bei uns in der Schale drin aber wenn mir das jetzt schmeckt ist das dann ein Zeichen dass ich schon irgendwie weiter bin oder ist das einfach wie Palazzo als die Chiles das nur verlagert aber oft wenn sich das vermischt wird das zum Teil noch besser ist mal ein bisschen ernsthaft ich fand das wirklich faszinierend die Lehre also die muss immer echt mal geben dabei oft wird ja gesagt Opali und Upadana das so das gleiche ganz anders ist was ganz fundamental ist was mit Unwissenheit und Sankara und so weiter zu tun hat fasziniert ich habe noch eine Frage und was macht man wenn sich das Leben abnützt quasi du gerade sagst das wenn es so eine Gewohnheit wird und man merkt hier ist auch nicht alles perfekt also wie geht man damit um als Mönch ist egal ist eine gute Frage hast du es bei dir schon abgenutzt ne abgenutzt bei mir auch noch nicht aber geht ja auch in Wellen ist ja auch nicht drahtlinien oder linear du hast schon mal so Phasen wo scheinbar irgendwo so ein Plateau erreicht ist wo irgendwo nicht so richtig weiter zu gehen scheint und wie gesagt für mich das war auch so mit der Grund für den Vortrag das Wichtige ist halt immer wieder zu sehen dass du dir nicht irgendwo Nestbaus solange solange du dir in äußeren Umständen deinen was kann sich nicht abnutzen das geht nicht das ist unabnutzbar was sich hier entwickelt das ist das einzige was zählt das einzige was wert hat und da nutzt sich nichts ab das kann mal wieder verdeckt werden das kann sich nicht abnutzen das heißt die Dhamma Qualität oder ob das jetzt irgendwo Samadhi oder Gleichmut oder all diese diese heilsamen Qualitäten die sind klar die sind nicht unvergänglich aber auf der Ebene ist keine Abnutzung in dem Sinne so diese Abnutzung die ist wirklich nur nur auf der äußeren Ebene das heißt ich merke immer wieder das fühlt sich ab es fühlt sich irgendwann abgenutzt an wenn ich mir irgendwie versucht habe in äußeren Umständen ein Nest zu bauen wenn ich mich irgendwo angehangen habe an Bedingungen die irgendwo verblassen verstehst du was ich meine macht halt Sinn weil jedes Mal wenn du wirklich wieder guckst hier heute Nachmittag da habe ich da wieder ein bisschen rumgelesen und mal geguckt ein paar schöne Sutta zu finden dann habe ich mich danach hingesetzt die letzten was kann ich sagen eineinhalb Stunden oder so bevor ich rausgekommen bin alleine irgendwie durch die Inspiration durch der Sutta plötzlich ich hatte wieder viel schärfer Zugriff wir brauchen einfach dieses dieses Geschick oder diese dieses immer wieder hinterfragen oder 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 auch neu machen dieser Anfängergeist hast du weil in dem Moment wo wir irgendwo in Routine verfallen dann kommen diese Abnutzungserscheinungen und ich sage müssen sie mal Tudum gehen oder ist neu nicht unbedingt aber klar ich sage mal eine örtliche eine örtliche Veränderung kann oft oftmals auch wieder dieses eigentlich schon erreichte im Herzen freilegen was wieder zeitweilig irgendwo bedeckt war also geht mir auch so wenn ich dann am Ende des Jahres dann meinetwegen nach Singapur gehe oder nach Malaysia wo einfach eine andere Situation ist wo du dich wieder mit anderen Leuten unterhältst wo du selbst wieder viel über da mal nachdenken musst auch um vielleicht irgendwie Vorträge zu geben oder viele Leute fragen wo einfach die Umstände anders sind dann kann sich das auch wieder erfrischen oder erneuern oder Talmetico sagt er geht in die Berge oder wenn ich zu Lumpatui gehe in einem Kloster wo ich nichts zu tun habe dann wird es auch wieder aufgefrischt deshalb müssen wir in Urlaub gehen deshalb müsst ihr in Urlaub gehen genau was ich der Katja eigentlich sagen weil er ist nicht so sehr das ist ja jetzt wieder ist ja wieder irgendwo Zuflucht in den äußeren Umständen nehmen und bedingt können die uns auch weiterhelfen aber letztendlich müssen wir es schaffen in uns dieses Herz zu bewahren oder zu entwickeln oder zu entfalten egal wie die Umstände sind aber das halt solange das Herz halt noch nicht entfaltet ist solange noch kein kein permanenter Samadhi da ist wie bei so jemandem Willung Pochu ob der wie sein die Augen auf hat oder zu hat das ist vollkommen egal der Geist ist immer in einem friedvollen Zustand aber solange man den Zugriff zu dem Geist so noch nicht hat braucht man halt immer wieder seine geschickten also ich hätte es jetzt ganz anders gesagt ja sag mal also wie ich den Anagalikas als die angefangen haben wie ich gesagt versucht euer Leben hier so lange langweilig wie möglich zu machen einer hat es gar nicht kapiert und der andere hat es hier nicht kapiert aber ich glaube jetzt inzwischen weiß es was damit gemeint war und ich freue mich immer wenn ich so früh meine die Verrichtungen das ist immer genau dasselbe aufstehen aufstehen naja halt was man früh macht wie früh morgentasse und dann Kaffee und dann die das ist immer jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich meinen Retreatplatz jetzt bin ich glücklich hier ist es wunderbar und irgendwann nach einem Monat ist es langweilig oder dann kommt irgendwas dann irgendwas stört oder ich habe plötzlich eine Berufung irgendwie noch eine ganz wichtige Aufgabe irgendwo zu erfüllen oder irgendwie sowas und ja das mal ob du also wie Sartre das ist eins meiner Lieblingszitate der Wunsch nach Ewigkeit ist nicht dass es ewig dauert sondern dass wir irgendwo angekommen sind dass wir nicht mehr suchen müssen weil die Suche ist ja das was immer so leidhaft ist und das war genau das was ich am Anfang in das Mönchsleben mit hineingebracht habe und was mich auch so lange davon abgehalten hat Mönch zu werden obwohl ich irgendwie den Wunsch danach hatte genau wie du diesen Frieden und offener höheren Ebene ist man ja dann auch irgendwo angekommen aber man ist nur in dem Augenblick im Hier und Jetzt angekommen was sich ringsherum voll verwirbeln und verändern kann aber wir sind im Hier und Jetzt voll angekommen wir sind im Frieden da müssen nichts mehr suchen und genau diese Qualität ist eine andere Qualität als sich diesen friedvollen Ort durch äußere Dinge versuchen zu arrangieren dieses schöner Wohnen in Zanzara also dieses sich arrangieren wie Achan auch gerade schon sagte aber die Tendenz hatte ich am Anfang auch als ich Mönch geworden bin ich kam an so jetzt muss ich also diese Chance muss ich auswendig lernen die lerne ich jetzt möglichst schnell auswendig dass ich dann anschließend da angekommen bin dass ich sie kann und Zeit habe zu meditieren und dann kommt die wahre Praxis und irgendwann mal zum Glück ist relativ schnell dachte ich mir ich bin ja irgendwie ein totaler Idiot Samadhi alles war dahin weil ich vier Stunden saß und diese Chance gepaukt habe und dann habe ich gedacht nee das kann es nicht sein irgendwie und dann dachte ich mir ja also ein hier und jetzt ankommen bedeutet ich mache jeden Tag 20 Minuten zwischen Almosenrunde und Essen habe ich 20 Minuten leerlaufen da mache ich jeden Tag so ein bisschen was und siehe da irgendwann konnte ich sie dann auch hat ein bisschen länger gedauert aber ich war dann irgendwie halt die ganze Zeit da obwohl sich das Wissen ständig verändert hat aber da war nichts zum Abhaken mehr sondern einfach dieses so wie es ist ist es okay also zum Beispiel heute nach Münchberg gefahren zum ersten Mal wieder Shopping gewesen also ein paar Hölzer geholt ich dachte ich spinn was da inzwischen an diesen Windtürmern da rumsteht ja dachte ich mir okay schön ist es nicht aber soll ich jetzt drunter leiden kann es sowieso nicht ändern ich bin entschlossen nicht drunter zu leiden aber trotzdem wollen wir sie nicht hier vor unserer Haustür haben weil irgendwie naja ist halt ein Kloster aber das sind ja dann auch die äußeren Umstände irgendwie die äußeren Umstände ja klar also darum darf es nicht mehr gehen aber was ich sagen will als ich Mönch wurde hatte ich eben noch sehr viel von diesem Alleinleben dieses Achievement Mind dieses Fertigwerden oder irgendetwas erreichen wollen dabei mitgebracht und das loszulassen das war eigentlich das was dann wirklich Frieden und Erleichterung gebracht hat dass das Leben auch irgendwie also Tutor und gehen klar ich gehe gerne auf Trudung aber und es gibt nichts Schöneres als auf einem Berg zu stehen nur mit meinen paar Habseligkeiten nicht zu wissen wo ich hingehe nicht zu wissen wo ich übernachte nicht zu wissen wo ich nächsten Morgen Almosenrunde gehe und schaue in die Runde und das ist einfach tolles Gefühl aber das ist ein Gefühl was andere vielleicht nicht als toll empfinden würden die sagen ja kein Geld in der Tasche weiß noch nicht mal ob ich einen Platz finde und einen vernünftigen wo ich übernachten kann ob ich im nächsten Tag irgendwas zu essen kriege und also die in den Bergen die haben zum Teil ganz seltsame Sachen was die essen und was sie denen nicht mehr aufgeben aber also das spielt nur wirklich für mich jetzt keine Rolle mehr von daher sind so viele Unwägbarkeiten diese Faktoren die passen müssen sind weggefallen und daher kommt dieses Gefühl der Freiheit das ist diese Unabhängigkeit genau die Unabhängigkeit von Bedingungen die dieses Gefühl hervorbringen aber der Wald ist überall mein gut der Deutsch Chiang Dao der ist schon ein bisschen was Besonderes aber ansonsten rauf runter rauf runter Berge Bäume Wald da ist nichts irgendwie nichts Tierung mäßiges also keine Abwechslung da sondern im Gegenteil das wird sehr ruhig ich gehe weil ich dann eben bestimmte Dinge praktizieren kann weil ich Abgeschiedenheit habe nicht um irgendwas Neues zu erleben also zum Beispiel letzten Montag ich war Ajahn so dankbar dass er dies übernommen hat nach Bamberg zu fahren mit den Gruber Ajahn mit Gruber Ajahn auf Reisen zu gehen ist schon was Tolles was Besonderes aber ich will irgendwo hin ich will dass es langweilig ist dieses äußere Leben soll so langweilig wie möglich sein weil ich andere Sachen interessanter finde und das ist das was dann das das Mönchsleben tragfähig macht ich weiß noch bevor ich Mönch wurde ich habe ja meine erste Europa habe ich ja in Wata Sokaram geholt die habe ich ja nicht selber genäht die ist ja selber genäht und habe ich Ajahn Ingo besucht und der sagte zwei Dinge erst mal kontempliere den Esel die erste Zeit verstärkt das ist ein Begriff von der osterchristlichen Mystik Johannes Taula der Esel ist der Körper eigene Körperkontemplation und zweitens als westlicher Mönch ohne Samaria hast du keine Chance und das haben wir zu Herzen genommen es stimmt zwar nicht ganz weil man kann eben auch Karriere machen aber so diese der gesellschaftliche Kick diese Anerkennung als Mönch wie es jetzt in Thailand ist mein großer Bruder ist Mönch oder mein Sohn oder mein Onkel ist Mönch das haben wir also war gut inzwischen nach dem Film jetzt hat sich das wieder geändert also heute haben mich echt viele Leute freundlich gegrüßt da auf dem Weg nach auf dem Parkplatz und kennengelächelt also Leute die ich noch nie gesehen habe aber normalerweise eigentlich als Mönch im Besten das ist jetzt nichts irgendwie wo alle wahr aussagen oder so wenn wir hier so rumlaufen und komisch angeguckt werden aber naja wer weiß und deswegen meint er dass man wirklich das Mönchleben so auch nutzen soll ja eben das was jenseits dieser vergänglichen Glücksbringer ist zu finden so weit so gut wie es geht und okay der Weg den ich seitdem zurückgelegt habe ist nur ein winziges Stück aber das bisschen zeigt schon dass es funktioniert also dass das die richtige Richtung ist dass das immer mehr loslassen immer mehr das Leben langweilig machen im weltlichen Sinne dass das eigentlich die Lösung ist ja die Frage ist jetzt ob sich die beiden widersprechen oder komplementieren das interessant machen und das langweilig machen ja das ist deine Wahrheit und meine Wahrheit das ist ja nichts kein Glaubensbekenntnis wir müssen uns jetzt nicht bekämpfen deswegen ne aber ich trage ja auch nicht provokativ interessiert mich halt noch ob sich das widersprechen muss ich sehe das nämlich nie als ich sehe dich aber ja aber zum Beispiel weil du immer sagst Lung Pukau der hatte einen Meditationspfad für Vormittag einen für Nachmittag und einen für die Nacht von daher war die Abwechslung da klar aber der hatte jeden Tag das so daher war es wieder langweilig daher war es wieder langweilig ich habe ja auch verschiedene Plätze zu meditieren das Frühjahr ist jedes Jahr unheimlich toll und aufregend und kommt doch jedes Jahr mit ganz ähnlichen Muster aber ich finde es jedes Jahr wieder heuer auch wieder wahnsinnig also ich empfinde jedes Jahr das Frühjahr ja als als phänomenal dieses Jahr ist besonders traurig ich nicht fand ich aber letztes Jahr auch also es war zu trocken okay aber es ist ja auch immer irgendwo dasselbe oder ein Sonnenaufgang auch jedes Mal ich glaube der springende Punkt liegt für mich da irgendwie der Unterschied zwischen langweilig und langweilig und Routine nee was ist denn das wiederholung wiederholung ist ja auch okay ist ja wiederholung aber so das das was eben träge macht das was das was ich meine da muss Abwechslung reingebracht werden jetzt nicht nicht Abwechslung im Sinne von was Neues was Tolles und irgendwas Buntes aber um halt eben diese diese ja diese Routine zu brechen jetzt nicht eigentlich wollen wir ja Routine aber eben die die Routine zu brechen die zu Trägheit führt ein abendfüllendes Thema eigentlich ja gibt ja auch eine Lehrrede wo der Buddha gesagt hat zwei Dinge haben haben zu meinem Erfolg geführt Unzufriedenheit und Energieeinsatz Unzufriedenheit meinte er mit dem was ich bis dahin erreicht hatte also klingt eigentlich ziemlich ziemlich hart wie er so sagt aber er hat gesagt okay es gibt noch mehr zu tun und dann das auch zu tun Energieeinsatz und dann kommt auch das wieder mit den Knochen und den Sehnen von mir aus soll nur meine von mir aus soll mein Blut eintrocknen und nur meine Haut und Sehnen und Knochen übrig bleiben solange das noch nicht erreicht wurde was durch mannhafte Energie erreicht wäre aber das macht dann auch so ein Gehetztsein so dass man halt das Gefühl hat so man ist noch nicht angekommen was man vielleicht auch manchmal wenn man in den Retreat geht und ist so gehetzt und man halt weiß man hat nach einem Batzen arbeitbrustig und dann ist ja auch dieses sich nicht halt niederlassen zu können und zu sagen so wie es ist ist alles okay weil es eben nicht so ist es gibt zwei Rennen das eine das ist hier und das andere ist die Leiter hoch die eine kommt irgendwann mal an irgendwo und verbessert sich und die andere geht nur im Kreis rum bloß solange ich im Kreis rumlaufe merke ich das noch gar nicht wenn ich nicht die Perspektive von außen habe wenn habe ich die Perspektive von außen wenn habe ich die Perspektive von außen wenn ich nicht mehr im Kreis drin bin ja das ist nicht einfach ich suche auch gerade ich suche nach irgendwas aber ich kriege es nicht raus bevor ich jetzt irgendwie die Liste erzähle wenn du so schnell geworden bist dass es dich aus der Kurve trägt naja du musst ja eigentlich du musst ja eigentlich die Dinge so wie sie sind akzeptieren um in diese Ruhe in dieses jetzt in diesen Moment zu kommen aber du musst gleichzeitig auch ständig hinterfragen dass das was du bis jetzt erreicht hast dass du dich nicht irgendwo auf deinen Lorbeeren ausruhst ja also letztendlich wenn wir das in aller Konsequenz zurückverfolgen kommen wir zu dem Punkt dass der Buddha eigentlich was geschafft hat was gar nicht zu schaffen ist genau er ist ja derjenige der die Perspektive uns gegeben hat von außen also mein Lieblings Beispiel ist immer das Brett mit in den Mensch ärgere dich Männchen du kannst toll würfeln ne 6er Pasch 10 mal hintereinander du kannst alle anderen Männchen rausschmeißen aber die fangen dann wieder von vorne an du kommst irgendwann sogar an in dein Häuschen reinzugehen und selbst wenn du das geschafft hast dann kommt ein neues Spiel dann fängst du es nochmal an und gehst wieder im Kreis rum und diese Männchen denken jetzt über den Sinn des Lebens nach und kann das nun alles gewesen sein aber die kennen ja nichts anderes die sagen besser als 10 mal 6er Pasch wäre 20 mal 6er Pasch also das ist keine wahre Perspektive und wirklich ein Ausweg kann nur der sehen der nicht in diesem Ding drin ist der das Brett umschmeißt genau und das ist genau das was der Buddha gemacht hat und alle anderen die seine Schüler haben zumindest als Männchen auf diesem Spielbrett gewusst aha da ist einer der sagt es gibt nur was anderes und ich kann es zwar noch nicht sehen das war das warum so schwierig ist aber es klingt irgendwie plausibel weil irgendwie bringt es es ja auch nicht man ärgert sich ja doch manchmal sind es halt so Mahamukalana und das war ja auch das war ja auch bevor die den Buddha getroffen haben die waren auf irgendein Fest und haben sich halt beide gesagt guck dir die Pallava hier um uns herum an in 100 Jahren sind die alle dort und das war für die genug bewegt Grund zu sagen wir müssen irgendwo raus und dann haben sie sich getrennt und dann irgendwie ja gut die Erde ist ein jammertal das haben andere auch schon hat nicht gereicht wenn sie den Buddha nicht getroffen hätten die Frage steht im Raum die Antwort lässt warten die haben langweilig und nicht langweilig langweilig natürlich nur aus der Sicht der Red Rays also dasselbe nein es darf dir nicht langweilig sein es langweilig zu haben dann bist du okay naja das langweilig ist natürlich ein provokativer Ausdruck weil mehr ist es ja nicht langweilig aus der weltlichen Sicht langweilig und wenn man das nicht mehr langweilig findet dann ist man auf dem richtigen ich denke leute wie london panja zum beispiel war in diesem paar quadratmeter voller hühner kacke sein ganzes leben lang und dem hat nichts gefehlt ich habe mich mit dem unterhalten er eigentlich bräuchte der westen so mönche wie mich aber und das nun wirklich da war nichts was irgendwie schön ist ich habe in seiner pute gewohnt danach das war da einfach nichts mehr diese äußeren veränderungen nicht mehr gesucht und gut hat natürlich aber das ist ja auch ein alter man den er jeden tag gesehen hat vom weltlichen gesichtspunkt her das ist auch nur toll wenn du ihn mit den damma augen oder unter dem aspekt des damma betracht ist das letzte gedicht spar ich mir heute was ne wo noch mit lupudan aufhören das ist irgendwie was so ein miesmacher gedicht ne spar ich mir ne ne mach ich höre ich höre ich in arm dies machen das passt eigentlich sehr schön weil das ist einfach noch mal so eine zusammenfassung also dupudan war einer der irgendwie sein sein leben so gestaltet er hatte nun g meditations war er hat eine hütte aber bis er dem leiden ein endgültiges ende gemacht hat hat er auf seinem meditations fahrt gelebt wenn er müde war er sich zur meditation hingesetzt wenn er noch müder wurde hat er sich auf meditations fahrt hingelegt mit seiner faust als kopfkissen und wenn er wach geworden ist ist er wieder aufgestanden und ist weiter meditation gegangen immer immer der selbe ort immer der selbe ort ich weiß nicht genau wie lange die zeit weiß ich nicht auf jeden fall bis er fertig war tot ist überall und stets zugegen menschen tiere sonne mond und sterne alles was geboren ist muss sterben voller trauer ist die welt und sorge glücklich wer gesund wer krank ist leidet zwei fuß breit und sechs fuß lang der körper das ist unsere welt sie liegt im körper jeder lebt in seiner eigenen welt alles was wir brauchen lehrt der buddha setze deine hoffnung nie auf andere nimm was dir gehört und bleib beim atem das problem wird nicht gelöst durch wünsche wünschen folgt das handeln auf befleckung wünsch dir nur die kraft zu praktizieren alles aufzugeben bis zum ende was erwartest du von dieser welt lass dich von der welt nicht faszinieren sonst bleibt deine praxis stets erfolgslos alle wesen hängen fest an formen fest an feuer wasser luft und erde augen ohren nase mund und körper sehen hören riechen schmecken tasten man hängt an der frau und frau man fest gehangen gibt es kein entkommen weide daher niemals mehr zu zweit einzig gilt es allem zu entsagen alles aufzugeben los zu lassen stehen lässt du los lass los beim gehen sitzen lässt los im liegen ohne kern sind alle daseins gruppen dies zu sehen bedeutet maras ende da sein wird mit einem mal erlöschen wenn sie endlich aufgegeben sind zu ert zu ert zu Saavaka-Sangho-Sangham-Nam